Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BWP-Podcasts. Heute geht es bei uns um das Thema Studien- und Berufsorientierung und dazu sind wir nach Dortmund-Aplabeck gefahren ans Gymnasium an der Schweizer Allee. Hier treffen wir Matthias Laabs, der seit zwölf Jahren zusammen mit einer Kollegin die Berufsorientierungsmaßnahmen an der Schule koordiniert. Als wir das Schulgebäude betreten, fällt uns direkt eine große Wandzeitung auf, der Berufswahlfahrplan. In bunten Farben leuchtet er uns entgegen und enthält nach Jahrgangsstufen geordnet alle Angebote zur Studien- und Berufsorientierung. Schnell wird deutlich, hier wird den Schülerinnen und Schülern mehr geboten als das NRW-Landesprogramm kein Abschluss ohne Anschluss standardmäßig vorsieht. Matthias Laabs erläutert uns in diesem Podcast, was es heißt, ein so umfassendes Angebot auf die Beine zu stellen und Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, einen beruflichen Weg zu finden, der ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht. Ich bin Christiane Jäger, verantwortliche Redakteurin der BIP-Fachzeitschrift Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis und ich möchte zunächst mal wissen, Herr Laabs, welche Berufe rangieren denn bei ihren Schülerinnen und Schülern derzeit unter den Top 5? Zu den konkreten Berufswünschen kann ich wenig sagen, weil wir zwar seit geraumer Zeit, seit über zehn Jahren erheben bei den Schülerinnen und Schülern, was als nächste Schritte kommen werden, aber nicht so konkret, dass wir sagen können, welcher Beruf wirklich angestrebt ist, weil die ja häufig nach dem Schulabschluss für die Schülerinnen und Schüler eben noch ein Studium, ein Gäppier oder eben noch andere Zwischenstationen bestehen. Was ich aber sagen kann, ist, dass seit den Jahren hinweg in den Berufsfeldern Naturwissenschaft, Technik und Wirtschaftsverwaltung eigentlich die meisten Schülerinnen und Schüler versuchen, ihren Weg zu finden, gefolgt von Sozialem und Bildung sowie Gesundheit. Also das sind so die Berufsfelder, wo ich sagen kann, also das ergeben auch unsere Befragung, da tendieren unsere Schülerinnen und Schüler. Und ein Großteil unserer Schülerinnen und Schüler, rund zwei Drittel, gehen eben auch Richtung Studium. Das wandelt sich aktuell so ein bisschen, dass wir doch wieder eine deutlich höhere Quote an Schülerinnen und Schülern haben, die mit dem Gedanken spielen, eine Ausbildung zu wechseln. Wie sich das in Zukunft dann nochmal darstellt und entwickelt, das werden wir dann einfach begleiten und beobachten. Jetzt haben wir eigentlich schon mit dem Ende angefangen. Wir haben aufs Ende der Studie- und Berufsorientierung geschaut. Dem geht ja eine Reihe von Informations- und Beratungsangeboten voraus, auch an Ihrer Schule. Und wenn ich das richtig gelesen habe, fällt bei Ihnen der Startschuss in Klasse 8 mit dem Berufswahlpass. Genau. Also in der Jahrgangsstufe 8 beginnen die Standardelemente nach K.O.A. Auch vorher wird schon, ich sage mal fachimmanent, das Thema Beruf schon mal insofern angesprochen. Aber es ist halt kein Standardelement. Da starten wir in der Jahrgangsstufe 8 mit der Einführung des Berufswahlpasses als Portfolio-Instrument. Was tragen die Schülerinnen und Schüler da ein? Ist es so, dass sie ihre eigenen Stärken und Interessen erkunden oder was passiert mit diesem oder wie wird es genutzt, dieses Instrument? Der Berufswahlpass dient ja als Portfolio-Instrument eigentlich der Protokollierung des gesamten Prozesses. Das bedeutet, er hat verschiedene Aufgaben und oder Funktionen. Ich finde auch eine ganz wichtige Funktion, soll gar nicht respektierlich sein, aber ist erstmal die Funktion, doch zu dokumentieren, was eigentlich passiert im Laufe dieses Prozesses. Schon mal alleine auch als Ablagemöglichkeit, sei es digital oder eben auch analog, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Unterlagen, die sie im Laufe des Gesamtprozesses auch sammeln, sei es Rückmeldungen von Betrieben über die Praxisphasen oder sei es die Rückmeldegespräche und das Feedback über die Potenzialanalyse, dass diese gesammelt werden können. Das ist also schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil es sind eben Jugendliche und da ist es schon wichtig, dass man einen zentralen Ort hat, wo man diese wichtigen Dokumente auch sammeln kann. Aber auch inhaltlich ist es natürlich extrem wichtig, dass man sich mit der beruflichen Orientierung auseinandersetzen kann und zwar, indem man sich darüber Gedanken machen kann, welche verschiedenen Wege gibt es überhaupt nach der Schule, also Ausbildung, Studium beispielsweise oder aber auch welche Fähigkeiten und Interessen bringe ich mit, sich damit als Schüler, als Schülerin erst einmal auseinanderzusetzen und den eigenen individuellen Prozess dabei zu finden. Das ist ja genau der Anspruch dabei. Das gelingt nicht durch ein vorgegebenes, ich sage es mal, Schulbuch, wo dann drinsteht, was man machen sollte, sondern das gelingt nur, indem ich selbst als Schüler, als Schülerin eigenverantwortlich mein Portfolioinstrument führe und dementsprechend mein eigenes Buch sozusagen schreibe. Neben dieser Erkundung der eigenen Interessen und Bildungswünsche geht es natürlich in der Berufsorientierung auch um die Frage, welche Vorstellungen die Jugendlichen von der Arbeits- und Berufswelt haben. Welche Informationen und Einblicke können Sie ihnen dazu vermitteln? Schule ist ja erst einmal ein Ort, wo vieles nicht direkt erlebbar ist. Deswegen ist es gerade in der beruflichen Orientierung extrem wichtig, dass dort eben auch außerschulischer Input stattfindet. Das bedeutet, dass man aus der Schule rausgeht und die Erfahrungen ja in Betrieben, in der Hochschule, in Institutionen machen kann, um dort das einmal auf sich wirken zu lassen, weil das können wir in Schule ja eigentlich nicht wirklich abbilden. Wir sind davon überzeugt und das zeigen auch in die Befragungen bei unseren Schülern und Schülern, dass wirklich die Praxiserfahrung den größten Eindruck, ich sage mal den größten Impact auf die Schülerinnen und Schüler haben, weil das doch wirklich das ist, das wirkt und zwar in beide Richtungen. Denn Schülerinnen und Schüler kommen zurück aus den Praxisphasen und können sagen, das ist genau das, was ich mir wünsche, so möchte ich später arbeiten oder aber auch sie kommen wieder und sagen, das ist absolut nicht das, was ich mir so vorstelle für ja vielleicht nicht den Rest meines Lebens, aber auch so für die nächsten Jahre und genau das ist ja eine Erkenntnis, die total wichtig ist. Ich habe vorhin, als ich hier in Ihre Schule kam, einen Riesenplan an der Wand gesehen. Das ist dieser Berufswahlfahrplan, glaube ich, den Sie hier unten aushängen haben. Und auf dieser großen Übersicht sind alle verpflichtenden und fakultativen Angebote für die Jahrgangsstufe 8 bis 12 beziehungsweise 8 bis 13 aufgelistet. Sie haben gerade schon gesagt, Praxiserfahrungen sind aus Ihrer Sicht total wichtig. Deckt sich das mit den Interessen der Schülerinnen und Schüler? Welche der Veranstaltungen, die Sie da aufgelistet haben, also insbesondere der Fakultativen sind sehr nachgefragt und begehrt? Also zuerst einmal, ich sagte es ja gerade schon, dass die Praxiserfahrungen für die Schülerinnen und Schüler nach der Rückmeldung unserer Evaluation wirklich die wichtigsten und eindrucksvollsten sind. Die sind dadurch allerdings auch als Standardelemente bei uns ja festgelegt. Sie fragten ja gerade nach den Fakultativen und da zeigt sich, dass sich dort wohl eine höhere Individualisierung darstellt. Das bedeutet, wir verzeichnen doch schon einen geringeren Zulauf bei den Dingen, die wir mit den Schülerinnen und Schülern machen. Zum Beispiel die Dortmunder Hochschultage haben wir immer mit einem Großteil der Stufe besucht. Mittlerweile sind es doch deutlich weniger als die Hälfte. Beim letzten Durchgang waren es tatsächlich nur 20 Prozent. Auf den ersten Blick erstmal überraschend. Im nächsten Schritt könnte man auch sagen, und das zeigt sich auch in den Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern, dass sie ganz viele andere Angebote wahrnehmen und andere Maßnahmen oder Messen oder Informationsveranstaltungen noch mitnutzen. Also außerschulisch. Auch außerschulisch, genau. Die dann gar nicht durch uns begleitet werden. Und ich sehe das dementsprechend auch als Erfolg unserer beruflichen Orientierung. Denn ich persönlich halte auch wenig davon, diese jetzt noch freiwilligen Elemente verpflichtend zu machen. Denn berufliche Orientierung kann nach Einschätzung unserer Schule tatsächlich nur dann funktionieren, wenn sie auch intrinsisch motiviert ist. Das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler müssen sich mit dem, worum es gerade geht, auch auseinandersetzen wollen. Und das funktioniert nicht, wenn sie irgendwo hin müssen. Und dementsprechend möchten wir auch nicht dazu übergehen, zu sagen, wir sehen da eine geringere Nachfrage. Wir steuern dagegen, indem wir das jetzt verpflichtend machen. Also das, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber unsere Schule sagt eben, das möchten wir nicht. Da müssen wir lieber gucken, ob wir die bestehenden Angebote nicht nochmal anpassen können. Entweder ob es innerschulische sind, da haben wir selber Zugriff drauf. Oder ob wir schauen, was es noch an weiteren Elementen gibt, wo wir dann unser Berufsorientierungskonzept beziehungsweise Programm auch nochmal entsprechend anpassen und erweitern können. Also ich finde es interessant, dass Sie sagen, dass die intrinsische Motivation da sehr wichtig ist. Wie starten Sie zu Beginn, dass Sie die Schülerinnen und Schüler für dieses Thema Beruf, Berufswelt, meine eigene berufliche Perspektive öffnen? Denn in Jahrgangsschulen, Stufe 8 ist man noch relativ jung und denkt vielleicht noch nicht daran, wie man in fünf, sechs, sieben Jahren sein Geld verdienen will. Absolut richtig. Ich denke, da sind zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Der erste Schritt ist, dass wir natürlich über die Informationsschiene die Schülerinnen und Schüler erstmal darüber informieren, dass es da überhaupt was gibt. Dass es auch eine Sensibilisierung dadurch entsteht, dass nach der Schule ja noch was kommt und dass der Schulabschluss nicht das Ende aller Tage ist, sondern dass man sich auch schon frühzeitig damit auseinandersetzen sollte, zu wissen, wie es danach weitergeht. Die Potenzialanalyse ist dort ja relativ kurz nach der Einführung des Berufswahlpasses das erste größere Standard-Element und dort gehen die Schülerinnen und Schüler hin und erleben ja erst einmal eine Auseinandersetzung mit ihren Interessen, Wünschen und Fähigkeiten. Und Sie kommen häufig zurück und sagen auf die Rückfrage von uns, was hat euch das jetzt oder wie habt ihr das erlebt? Und Sie sagen ganz häufig, das hat uns Spaß gemacht. Und das finden wir schon mal als sehr, sehr wichtig, weil wir davon ausgehen, dass sie sich ja dann damit erstmal damit auseinandergesetzt haben. Würden sie wiederkommen und hätten gar keinen Spaß gehabt, dann hätten wir schon ein grundsätzliches Problem mit der beruflichen Orientierung. So ist da schon mal der Grundstein gelegt. Ich habe gerade von zwei Dingen gesprochen. Der zweite Punkt ist auch noch sehr wichtig aus unserer Perspektive, nämlich dass man wirklich auch konsequent und konstant an dem Thema dranbleibt. Also nicht nur einmal zu Beginn der Karriere und dann am Ende der Bildungskarriere, sondern dass man immer wieder dieses Thema auch in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler ruft und dort diesen Prozess weiter mit begleitet. Sie haben vorhin diese Hochschultage erwähnt. Vielleicht können Sie uns erläutern, was war in diesen Hochschultagen passiert? An den konkreten Dortmunder Hochschultagen ist es so, dass in Dortmund alle anliegenden Hochschulen ja ihre Pforten öffnen. Das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler können dort Vorlesungen besuchen, Seminare besuchen. All das wird flankiert durch verschiedene Vorträge und Informationsveranstaltungen, auch zum Teil Richtung Ausbildung, dass man dort sich informieren kann, zu sagen, okay, Studium ist vielleicht nichts für mich, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass bei den Hochschultagen doch der Fokus auf dem Studium liegt. Aber auch Fragen zur Studienfinanzierung, der Unterbringung, was macht das Studierendenwerk. Und da erleben unsere Schülerinnen und Schüler wirklich mal Campusleben live. Und alleine sich mal in die Mensa zu setzen und dort dieses Feeling mal mitzunehmen. Zugegeben, an dem Tag sind natürlich auch viele Schülerinnen und Schüler dort, aber es sind eben auch Studierende da. Und dieses Flair mal mitzunehmen ist schon total hilfreich. Und dann auch mal in Vorlesungen reinzuschnuppern, in Seminare reinzuschnuppern, mal mitzubekommen, ja, was ist wirklich im dritten Semester Mathematik, was wird dort gemacht? Das ist wirklich total hilfreich und total lehrreich für unsere Schüler und Schüler, um sich damit auseinanderzusetzen, was ein Studium bedeutet. Ja, in welcher Jahrgangsstufe machen die Schülerinnen das? Also Schülerinnen und Schüler? Wir gehen mit der Q1 dorthin und wir bieten das der Q2, also sprich der Abgangsklasse, dann auch noch mal an. Da ist es dann aber nach dem Motto, wer gerne noch mal möchte, kann gerne mitkommen. Das sind ja zwei Tage im Januar und die Schülerinnen und Schüler setzen sich vorher mit dem Programm auseinander, gucken ganz genau, wo möchten mich hin, welche Vorlesungen interessieren mich, welche Vorträge interessieren mich, mit wem möchte ich sprechen. Ja, und dann sind wir auch vor Ort. Dadurch, dass es eben ganz Dortmund verteilt ist, an den verschiedenen Standorten, tingeln wir so ein bisschen drum und es ist auch immer mal wieder schön, den einen oder anderen Schüler dann dort zu treffen. Ja, und das ist auch wirklich eine tolle Veranstaltung, die dort in Dortmund stattfindet. Okay, also das ist dann eher was für die Sekt 2 Schüler. Genau. Jetzt habe ich unten auch noch, als wir hochgelaufen sind in den Klassenraum, in dem wir hier sitzen, im Gymnasium an der Schweizer Allee, habe ich ein Plakat gesehen zur Stubobörse. Dazu würde ich auch gern noch ein bisschen was erfahren. Was passiert bei der Stubobörse, außer dass Sie damit wahnsinnig viel Arbeit haben? Ja, die Stubobörse ist eigentlich so ein ganz großer Stolz, kann man sagen. Wir haben den mittlerweile schon seit 15 Jahren. Natürlich gab es die Corona-Pause auch dazwischen, aber nichts destotrotz ist das etwas, was wir für sehr wichtig betrachten, weil es eine kleine, so klein ist sie gar nicht, aber eine Messe in unseren Räumlichkeiten hier ist. Das bedeutet, dass an einem Abend, das ist immer traditionsgemäß der zweite Donnerstag im März, laden wir Betriebe, Institutionen, Hochschulen, Kammern, aber eben auch Eltern und Altschüler ein, doch mal ihren Beruf aus ihrem Alltag hier vorzustellen und bieten das dann auf der anderen Seite den Schülerinnen und Schülern ab der Jahrgangsstufe 8 bis zur Q2 und vor allem auch den Eltern an, dass sie sich doch dann über eine Anmeldung dann in diese Vorträge begeben können, um dort ja erst einmal Input zu bekommen und gleichzeitig, und das ist uns auch total wichtig, später Fragen stellen zu können. Deshalb haben wir das auch zweigeteilt. Das bedeutet, wir haben einerseits die Vortragsschiene, die stattfindet und nach den Vorträgen bitten wir die Referenten immer noch mal für eine halbe Stunde in unsere Aula, um dort an vorgegebenen Beratungsständen auch noch mal für Fragen und Gespräche zur Verfügung zu stellen. Wie ist die Resonanz auf diese Studien- und Berufsorientierungsbörse? Wie viele Schülerinnen, Schüler mit ihren Eltern kommen da? Also wir haben in den besten Zeiten, das war auch wirklich vor Corona, muss man sagen, haben wir rund 450 Personen gehabt, die hier das Angebot genutzt haben, also Eltern und Schülerinnen und Schüler. Das hat tatsächlich dann etwas abgenommen, muss man sagen. Also Corona hat da auch noch mal einen Knick mit sich gebracht. Wir haben das versucht, digital abzubilden, aber ich habe es ja gerade auch schon mal angedeutet, digital funktioniert das nicht wirklich. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Und wie es sich jetzt darstellt, bleibt abzuwarten. Ja, schauen wir mal. In zwei Tagen ist es, glaube ich, soweit. Wünsche ich Ihnen, ja, viel Zulauf und spannende Referate, spannende Vorträge und großes Interesse. Vielleicht lässt sich das ja doch wieder reaktivieren. Genau. Also ich habe jetzt ganz aktuell, ich habe heute noch mal nachgeschaut, ich habe jetzt schon über 200 Anmeldungen für die diesjährige. Also es ist zumindest, wir sind zufrieden, sage ich mal. Es kann natürlich immer mehr sein, keine Frage, aber dennoch, ja, ist okay. Herr Laabs, ich habe noch was entdeckt, wo ich Sie gerne nachfragen würde in Ihrem Konzept. Sie haben ja wirklich ein sehr tolles und umfassendes Konzept, was man auch im Internet einsehen kann. Da ist übrigens auch der Berufswahlfahrplan. Da werden wir nachher auch drauf verlinken in unserem Interview. Das fand ich sehr interessant und zwar ist es ein Sozialpraktikum, was Sie allerdings auch verpflichtend anbieten. Genau, richtig. Was ist, was für eine Idee ist damit verbunden? Das findet bei uns in der Jahrstufe 9 statt, also tatsächlich vor dem Betriebspraktikum. Und hier ist der Fokus deutlich auf karitative Berufe. Das bedeutet, die Schule stellt hier ein Angebot zur Verfügung im Austausch mit anwesenden karitativen Einrichtungen, also Altenwohnheimen oder aber auch Kindergärten, Hospizen, Behindertenwerkstätten. Und die Schüler und Schüler der Jahrstufe 9, dort ist das angebunden an den Religions- bzw. Philosophieunterricht, wählen dann selbst ihre Plätze, wo sie gerne hingehen möchten aus diesem Katalog, den die Schule bereitstellt. Und dann sind sie eben zwei Wochen tatsächlich auch in diesen Zusammenhängen unterwegs. Und viele Schüler und Schüler melden vorab zurück, dass sie eigentlich Angst haben, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt, weil das sind ja sicherlich auch gegebenenfalls belastende Situationen, die dort in Krankenhäusern oder Seniorenwohnheimen auch passieren können. Es zeigt sich allerdings, dass wirklich die Schülerinnen und Schüler gestärkt wiederkommen. Also nach diesen zwei Wochen kommen sie wieder und das macht total viel mit denen, weil sie dort Erfahrungen machen dürfen, möchte ich da auch bewusst sagen, die zum Glück nicht immer allgegenwärtig sind, aber die einfach wichtig sind, um auch diesen Prozess voranzutreiben. Eine, ja, eine selbstreflektierte, ja, Lebenseinstellung auch zu entwickeln und gleichzeitig aber auch dadurch, und jetzt aus Sicht der beruflichen Orientierung auch nochmal eine Perspektive auf diese Pflege, auf den Pflegebereich und den Gesundheitsbereich zu eröffnen. Denn das ist ja auch etwas, was ja sicherlich nicht jedermanns Sache ist, aber dadurch hat man zumindest auf jeden Fall mal einen Einblick gewonnen, wie denn dort gearbeitet wird und kann sich dann, wie ich es gerade auch schon mal sagte, bewusst dafür oder auch dagegen entscheiden. Das ist ja etwas, was total wichtig ist in dem Zusammenhang. Sodass die Schülerinnen und Schüler für ihre persönliche Entwicklung was mitnehmen. Auf jeden Fall. Und auch eben nochmal mit Blick auf ein Berufsfeld, was sie da möglicherweise kennenlernen und vielleicht später auch mal wählen. Genau. Denn Fachkräfte werden ja in dem Bereich gerade dringend benötigt. Genau, richtig. Ich habe schon den Eindruck, dass sie hier ein sehr umfassendes Angebot zur Verfügung stellen und das Ganze funktioniert ja eigentlich nur, wenn auch viele Akteure da mitwirken. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie als Studien- und Berufskoordinator zusammen mit einer Kollegin hier für wie viele Schülerinnen und Schüler zuständig? Wir sind für 1.300 Schülerinnen und Schüler insgesamt an dieser Schule zuständig. Jetzt muss man auch da, also man kann darüber sprechen, was sinnvoll ist. Und wir haben uns immer entschieden, dass wir doch ein kleines Team sein möchten. Also meine Kollegin konzentriert sich dabei vor allem auf die Sekundarstufe 1 und ich auf die Sekundarstufe 2 und die Gesamtkoordination. Das ist so unsere Aufteilung. Aber auch das ist pro System oder in jedem System natürlich unterschiedlich gehandelt. Und das ist auch völlig legitim. Aber trotzdem können Sie das ja nicht komplett zu zweit stemmen. Sie haben ja hier sicherlich auch einige Kolleginnen und Kollegen, die Sie unterstützen, sei es eben fachbezogen oder die bestimmte Aufgaben übernehmen. Also berufliche Orientierung ist ja Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer einer Schule. Und unsere Aufgabe, also die von meiner Kollegin und mir, ist ja die Koordination dessen. Und genauso wird es aber auch gelebt. Und das fängt von, ich hätte jetzt gesagt fast oder hätte fast gesagt von oben an insofern, dass wir eine Schulleitung haben, die das auch wirklich unterstützt. Denn davon hängt es natürlich auch ab. Denn Maßnahmen, die wir umsetzen wollen, brauchen natürlich auch ihren Teil, den Mindset einer Schule. Und dieses hängt natürlich auch immer sehr deutlich auch von der Schulleitung ab. Und diesen Support zu haben, da können wir uns glücklich schätzen, den haben wir seit Jahren, seitdem ich denken kann wirklich. Und nur dann lässt sich auch das wirklich so umsetzen, wie wir uns das auch vorstellen. Und die Kolleginnen und Kollegen ziehen auch einfach mit. Also da muss man auch sagen, wir haben ja wirklich ein tolles Kollegium. Wir bereiten vor, wir koordinieren. Aber die Umsetzung können wir nun mal nicht alleine wuppen. Genauso ist es, wie Sie gerade sagten. Und da können wir uns wirklich auf die Lehrkräfte verlassen. Sei es im Beratungszusammenhängen, sei es beim Besuchen und Betreuung von Praktikanten, sei es bei der Unterstützung bei Bewerbungen oder auch bei der Praktikumsmappe als Beispiel. Und das ist etwas, das funktioniert nur als Gesamtteam, sprich als Kollegium. Und da funktioniert das wirklich gut. Und da möchte ich auch einfach an dieser Stelle mal gerne ein großes Lob an das gesamte Kollegium aussprechen. Ja, hoffen wir, dass Sie es auch alle hören. Aber Herr Laabs noch mal zum Fachunterricht. Auch hier lassen sich ja Bezüge zur Berufs- und Arbeitswelt herstellen. Auch das ist sehr vielschichtig. Aber ich fange mal wirklich mit dem Fach an sich an, dem klassischen Schulfach. Und dort ist die berufliche Orientierung an vielen Stellen eingebunden. Als klassische Beispiele sind natürlich das Bewerbungsschreiben zum Beispiel in der der dann zu uns kommt und mit den Schülerinnen und Schülern quasi gemeinsam die Bewerbung schreibt und auch ein Bewerbungsgespräch simuliert. Und das ist auch eine tolle Erfahrung, weil dann eben nicht die Lehrkraft vorne als simulierender Personalverantwortlicher sitzt oder steht, sondern dass dort wirklich Menschen aus der Wirtschaft sind, denen die Schülerinnen und Schüler mal klar machen müssen, dass sie doch genau die Richtigen sind, die sich auf diesen Beruf, auf diese Ausbildung beworben haben. Des Weiteren auch beispielsweise über das Fach Wirtschaftspolitik. Dort findet die Vorbereitung der Berufsfelderkundung auch statt und die Begleitung währenddessen, sodass dort im Zusammenhang mit Arbeitswelt im Wandel da auch noch mal ja sensibilisiert für wird, was sich tatsächlich auch in der Welt dort draußen außerhalb von Schule auch wandelt. Lassen Sie uns einen Blick noch mal auf die externen Partner werfen. Die haben Sie vorhin auch schon angesprochen, einerseits Ihre Bildungspartner. Aber wie sieht es mit den Unternehmen hier in der Gegend aus, in der Region? Bevor ich auf die Betriebe angehe, würde ich gerne noch einmal auch die klassischen Kooperationspartner auch benennen. Und das ist natürlich vor allem die Bundesagentur für Arbeit, die als wichtiger Akteur auch hier in der Schule zugegen ist und mit der wir wirklich auch sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben eine tolle Berufsberaterin hier vor Ort, die auch bei sämtlichen Veranstaltungen mit dabei ist, die auch alles möglich macht und die auch menschlich total super zu den Schülern und Schülern passt. Und da haben wir wirklich auch ein Glückslos gezogen und sind dankbar, dass sie dort ist. Die ist für Ihre Schule persönlich zuständig. Genau, richtig. Also die ist, man bespricht das dann bei uns, machen wir das nach Angebot und Nachfrage und sie ist alle zwei Wochen für einen Tag hier bei uns in der Schule und steht für Beratung zur Verfügung. Das läuft dann über uns wiederum, wie dann die Anmeldung geschieht, dass wir so ein bisschen steuern können. Aber auch bei sämtlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der gerade angesprochenen Stubebörse ist sie dabei. Wir machen Elternveranstaltungen. Sie tingelt durch die Klassen, um sich vorzustellen. Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, wo sie wirklich auch sagt, komm, da bin ich dabei, da möchte ich mitwirken und möchte auch gerne Input geben. Und das wird dann auch angenommen und führt dann eben dazu, dass die Schülerinnen und Schüler sie auch kennen, um dann in die Beratungssituation zu kommen, welche ja total notwendig ist und sinnvoll ist, weil da die individuelle Beratung im Rahmen der beruflichen Orientierung dann stattfinden kann. Dort ergänzend haben wir bei uns auch das Talentscouting im Haus. Wir waren damals tatsächlich das erste Gymnasium, welches mit der Fachhochschule Dortmund diese Kooperation eingegangen ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, weil das wirklich etabliert ist. Und das funktioniert total super, um Schülerinnen und Schülern, die ja vielleicht auch noch mal so Stolpersteine in ihrem beruflichen Prozess vor sich haben, doch zu unterstützen und dort noch mal einzugreifen und ein bisschen Support zu leisten. Wie sieht das konkret aus? Ist das ein Mentorenprogramm oder wie muss ich mir das vorstellen beim Talentscouting? Das Talentscouting agiert gemeinsam mit den Hochschulen und wir sind eben mit der Fachhochschule Dortmund verbandelt und unsere Talentscouting ist dann auch wieder zu Beratungsgesprächen hier vor Ort und wir kanalisieren das allerdings so ein bisschen. Also anders als bei der Bundesagentur für Arbeit, wo ja jeder die Möglichkeit hat hinzugehen, ist es schon so, dass wir, und jetzt komme ich auch gleich auf die Klassenlehrer und die Jahrenstufenleitung zu sprechen, wo wir dann als Schule gucken, wer braucht vielleicht noch mal so einen Schubs und wer kann diese Unterstützung gut gebrauchen und diese jungen Menschen bringen wir dann mit der Talentscouting in Kontakt und daraus Schlussvorragend werden dann zum Beispiel Workshops angeboten. Das heißt, die landen dann auch in einem Netzwerk, wo dann entsprechend die Talente, so nennen die sich dann auch, auch überreden. Regional vernetzt sind. Sie haben nochmal zusätzliche Beratungsunterstützung. Also das kann ja auch finanzieller Natur beispielsweise so sein. Das Schlussfolgert häufig dann auch in Stipendien. Dieses Programm geht ja auch über die Schulzeit hinaus. Das bedeutet auch, wenn unsere Schüler und Schüler uns hier verlassen, sind sie ja weiterhin noch in diesem Netzwerk eingebunden. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir das seit Jahren schon in einer wirklich gut funktionierenden Kooperation haben. Und das ergänzt einfach unser Angebot, das wir in der Schule haben, eben zusammen mit der BA doch sehr gut. Ein tolles Engagement der Fachhochschule Dortmund. Das ist einfach ein tolles Programm. Das muss man auch einfach so sagen, welches sich aus unserer Sicht doch bewährt hat. Bleiben wir nochmal bei den, genau, bei den externen Partnern. Das Stichwort ist Betriebe. Betriebe und Kammern sollten auch noch bedacht werden, denke ich, oder? Richtig. Da machen wir uns auch nochmal einen Schritt erstmal kleiner. Denn mit den Kammern arbeiten wir auch sehr gerne und sehr eng zusammen. Und auch fürs Gymnasium intensiv mittlerweile mit der Handwerkskammer. Da war lange Zeit ein bisschen, war das nicht so unser erster Ansprechplan. Das hat sich aber noch deutlich gewandelt, sodass wir jetzt zusätzlich zu der Industrie- und Handelskammer wirklich mit beiden Kammern sehr, sehr intensiv und eng auch zusammenarbeiten. Das bedeutet, die gerade angesprochene Stubobörse sind beide Kammern immer zugegen. Dann ist es so, dass wir in der Sekundarstufe 2 im Rahmen der Entscheidungskompetenz 1 auch die bereits bestehenden Workshops bewusst ergänzen möchten, um ein, ja wir seien dazu Praxisteil, auch wenn es keine klassische Praxis ist, aber wir seien, wir möchten da gerne noch für die Schülerinnen und Schüler mehr machen, als nur einen Workshop, den wieder wir Lehrkräfte umsetzen. Also haben wir mit den Kammern dort eine Kooperation, dass Auszubildende, unter anderem zum Beispiel die Ausbildungsbotschafter der Industrie- und Handelskammer, aber auch die Handwerkskammer unterstützt uns dort mit Auszubildenden und der Ausbildungsberatung vor Ort auch nochmal ein Setting schaffen, dass Schülerinnen und Schüler mit anderen auszubildenden oder überhaupt mit Auszubildenden und auch Personalverantwortlichen ins Gespräch kommen können und einfach mal fragen können, was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag als Dachdecker, als Feinwerkmechaniker oder eben auch als Kaufmann im Einzelhandel oder was auch immer. Also sprich, das ist etwas, was dann auf Augenhöhe stattfindet und dann nehmen sie sehr, sehr viel von mit. Ah, okay. So und jetzt zu den Betrieben, ich sagte ja gerade, wir gehen immer weiter in der Schrittlichkeit voran. Und wir haben insgesamt sieben Betriebe, mit denen wir eine Kooperation auch haben, eine feste Bildungspartnerschaft aus den verschiedenen Bereichen, also von Bankwesen mit der Dortmund- und Volksbank und der Sparkasse beispielsweise, über auch einen Einzel-, großen Einzelhandel mit Rewe, aber auch Bayer im Bereich Chemie und mit SMF haben wir einen IT-Dienstleister dabei. Bayer-Elmos ist mit der Halbleitertechnik zugegen und jetzt habe ich glaube ich, ach so, P. und Kloppenburg als Einzelhandel in Bekleidung, hat zum Beispiel bei uns in der Schülerfirma auch wichtige Inputs geben können. Das ist genau das Stichwort, denn diese Bildungspartnerschaften sind im Regelfall immer an Fächer gebunden. Das bedeutet, auch die Fächer haben eine Möglichkeit, dort einen betrieblichen Ansprechpartner zu haben, um fachliche Inhalte auch mal auszuprobieren, umzusetzen, Feedback zu bekommen. Und das ist ja auch wieder so ein wichtiger Schritt, um Schule zu öffnen. Und das halten wir für sehr, sehr wichtig. Ja, und es ist auch, glaube ich, wichtig, um diese Partnerschaften institutionell zu verankern und sie nicht in der Abhängigkeit von persönlichen Kontakten, die gut funktionieren oder dann mal weniger gut funktionieren, zu belassen. Genau so ist es. Und sind auch alle bei uns vertraglich auch festgelegt. Das heißt, wir haben da auch wirklich einen Kooperationsvertrag geschlossen, sodass es eben auch von Dauer ist. Ich muss Sie aber trotzdem fragen, auch wenn ich finde, dass Ihr Angebot sehr, sehr umfassend und vielseitig ist, gibt es was, wo Sie sagen würden, ach, das fehlt mir eigentlich noch oder das würde ich den Schülerinnen und Schülern gerne anbieten? Also, das ist jetzt die gute Fee-Frage mit den drei Wünschen, Herr Laps. Ja, ob es drei sind, weiß ich nicht, aber ich fange einfach mal an. Ich habe ja zu Beginn noch währenddessen immer wieder darauf verwiesen, dass die Praxisphasen für unsere Schülerinnen und Schüler extrem hilfreich sind und wichtig sind in ihrem Prozess. Und die Praxisphasen funktionieren nur dann, wenn eben die außerschulischen Partner auch entsprechend ihren Anteil daran leisten. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass Betriebe sich öffnen, dass Betriebe bereit sind, Praktikanten von uns auch aufzunehmen und den Schülerinnen und Schülern auch ein Feedback zu ihrem Verhalten und zu ihrer Arbeit in den Betrieben geben. Und das ist etwas, was ich mir nochmal wünschen würde, gerade auch für die Sekundarstufe 2, denn wir wissen ja auch oder wir lesen ja auch in den Medien, dass auch Abiturienten immer mehr mit der Ausbildung liebäugeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir als Schule sind ja immer davon abhängig, wie wir die Schülerinnen und Schüler wirklich an die Betriebe heranführen können. Und wenn wir jetzt wirklich in der Kategorie Wünsch dir was sind, dann würde ich mir auch wirklich ein Portal wünschen. Und ich sage bewusst ein Portal, wo dann auch Schülerinnen und Schüler suchen können, welche Betriebe offen für Praktikanten sind und sagen, ja, wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten. Wir versuchen das gerade aktuell hier im Kleinen an der Schule schon mal zu etablieren. Aber ich würde es mir dann wirklich deutlicher wünschen, dass es eben zentral auch geschieht. Denn auch in Beratungssituationen können wir nicht immer auf mehrere Portale verweisen. Also das wäre etwas, ja, wenn Sie mich fragen, was ich mir wünsche, dann wäre das das. Wen sehen Sie da in der Pflicht? Von wem würden Sie sich das wünschen? Ist das ein Wunsch, den Sie an die Kammern adressieren oder wer sollte sowas in Angriff nehmen? Ich finde, das muss in einer guten Kooperation stattfinden. Das heißt, Schule muss definitiv mit ihre Denkweise reinbringen können, weil wir haben nun mal bestimmte Strukturen, die auch wichtig zu beachten sind dabei. Aber auch die Kammern, die aber auch ihre Betriebe entsprechend vertreten müssen. Denn es hilft ja nicht nur, wenn die Kammern etwas zur Verfügung stellen, sondern die Betriebe sind ja diejenigen, die dann letztendlich hinterher bereit sein müssen und ihre Türen und Toren öffnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass dort auch ein enger Austausch der Kammern mit den dahinterstehenden Betrieben stattfindet und die Wünsche der Betriebe auch Eingang finden in diese Diskussion. Und die Stadt sehe ich insofern auch nochmal als regionalen Partner dort mit im Boot, weil das natürlich auch die regionale Verknüpfung ist. Und ich glaube auch, dass die Stadt Dortmund das so sieht. Und da sind wir auch gut unterwegs, glaube ich, in Dortmund, um uns genau auf diesen Weg zu begeben. Und natürlich letztendlich auch die Agentur für Arbeit, die als Vermittlungsinstanz in dem ganzen Kontext auch ein wichtiger Player ist. Herr Laps, ich würde zum Schluss nochmal ganz gerne auf die Jugendlichen eingehen, denn um die geht es letztendlich in der Studien- und Berufsorientierung. Damit haben wir auch angefangen. Sie hatten eingangs erwähnt, dass mehr als zwei Drittel der Schülerinnen, die das GATSA nach dem Abitur verlassen, sich für ein Studium entscheiden. Woran liegt es, dass sich nur wenige für eine berufliche Ausbildung entscheiden? Für die Schülerinnen und Schüler, die ihre Bildungskarriere hier bei uns oder die schulische Karriere hier bei uns am Gymnasium starten und auch für deren Eltern, ist das Ziel ja das Abitur. Und das Abitur ist ja nun mal als allgemeine Hochschulberechtigung auch dafür notwendig, um eben ein Hochschulstudium an einer Universität zumindest beginnen zu können. Und diese Vorstellung ist einfach noch zugegen und ich glaube auch zum Teil oder zum Großteil auch berechtigt, denn das Abitur ist für viele Schülerinnen und Schüler erst einmal der Schritt ins Studium. Und auch wenn sich dort ein bisschen jetzt in der aktuellen Situation dort ändert, das bedeutet, dass auch die berufliche Ausbildung wieder attraktiver wird, ist das Gymnasium aber immer noch die vorbereitende Schulform gemeinsam mit den Gesamtschulen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch einfach so und dem kann man sich auch nicht verwehren. Ich halte es aus meiner Perspektive für deutlich wichtiger, dass man die verschiedenen Alternativen den Schülerinnen und Schülern vorstellt und dass sie eben alle kennen. Und dass jede Schülerin und jeder Schüler sich dann bewusst für ein Studium entscheidet und nicht nur, ja, ich habe jetzt mein Abitur in der Tasche, jetzt muss ich studieren, sich aber vorher darüber Gedanken gemacht hat, was gibt es für Alternativen? Und sich dann bewusst für ein Studium zu entscheiden, bewusst für eine Ausbildung zu entscheiden oder aber auch bewusst für ein Gap Year zu entscheiden. Das ist ja das, was wir erreichen möchten. Kriegen Sie Resonanz von ehemaligen Schülerinnen? Können Sie das verfolgen, zumindest punktuell, bei der einen oder dem anderen? Also es ist doch immer wieder bemerkenswert und schön, finde ich persönlich, wenn wir gerade bei der auch gerade genannten Stubebörse Nachrichten-E-Mails von Schülern und Schülern, die jetzt im Berufsleben stehen und sich dann an die Zeit zurückerinnern und uns dann fragen, ob sie nicht mal aus ihrem Beruf, wie sie ihn jetzt erleben, berichten können. Und die kommen dann gerne zurück zu uns an die Schule, stellen sich sozusagen auf die andere Seite und berichten dann den jetzigen Schülern und Schülern, was es denn bedeutet, sich mit der beruflichen Orientierung auseinanderzusetzen und welchen Stellenwert das denn hat, um, ja, letztendlich den eigenen Weg zu finden und dort zu lernen, um später glücklich, ja, dem Beruf einen oder Berufsweg eingeschlagen zu haben, der für einen selbst genau der Richtige ist. Super, das ist doch ein schönes Feedback für Sie und ein schöner Schlusssatz für dieses Interview. Herr Laabs, ganz herzlichen Dank für die interessanten Einblicke, die Sie uns gegeben haben und weiterhin viel Erfolg für Ihre wirklich sehr engagierte Arbeit. Ja, und das war's schon, unser BWP-Postcast zur beruflichen Orientierung. Wer das Interview nachlesen möchte, findet es in der BWP-Ausgabe 2, 2023, digital unter bwp-zeitschrift.de. Dort finden Sie auch Links zu den von Matthias Laabs erwähnten Angeboten und Kooperationspartnern. Wenn Sie das Heft in die Hand nehmen und darin blättern möchten, bestellen Sie einfach ein Exemplar direkt bei unserem Verlagspartner unter steiner-verlag.de.